Los, Fabi, komm! Los, Fabi! Jetzt noch nach! Okay, hast du gesehen, Fabi? Lass ihn, lass ihn setzen. Guck die rechte Hand an. Er wird den Mond aufholen. Äh, Fabi, ist es hier noch? Ja, das ist heute noch gerade. Ja! Bleib drauf, Fabi! Bleib drauf! Genau! Ja! 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 Das Rechtshänder hast du ja gesehen. Von der Schlag kann er wegtauchen. Das stört dir sehr. Das, 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 das. Zieh ruhig so. Wesen scheißegal. Jetzt wieder ruhig streicheln. Er hat dir aufgestellt. Er hat das Bein aufgestellt. Von dir aus rein. Ja, ja. Ja, nochmal. Breite das Bein aus rein. Er hat die Dacke los. Atme ruhig. Er setzt immer von dir aus das. Linke Bein auf. Vielleicht kannst du noch mal reingreifen. Ohne schön aus. Das ist alles hier. Alles schnell dabei. Geht ja geschwimmer. Immer dasselbe. Zieh mir den Kopf an und zieh mir schon runter. Ich komme recht herkopf. Immer dasselbe. Lass ihn schlagen. Das macht dir ja nichts aus. Das ist hier nur streichen. Lass ihn noch ein bisschen schlagen. Lass ihn noch ein bisschen schlagen. Ja. 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 Applaus